Eine APC Soprano Classico. Ein sehr klassisch gebautes Instrument dann wahrscheinlich und die Serie Nummer SC steht sicherlich für Sternkommando. Quatsch, für Soprano Klassiker. Es ist aus massivem Chorholz gebaut, wobei man sich da jetzt nicht irritieren lassen sollte. Das ist portugiesisches Chor mit anderen Worten Akazie, aber massiv ist massiv, wir wollen uns nicht beschweren. Das gute Stück hat zwölf Bünde, wie für einen Sopran bis zum Korpus üblich und darüber hinaus noch vier extra Bünde. Super, super. Dann wollen wir noch mal gucken, was die Aquila Nightguard Superdingsbumsi Strings auf diesem Bonbon so anstellen, wenn man sie zupft. Musik 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 der beinahe daneben gewesen. Hu, ha, hi, ha, yei. Noch einer.